herzlich willkommen zu einer weiteren folge von 7 days to die mit mir und wie immer man sieht uns schon mit seiner komischen leuchte da oben diese cb willkommen so was haben wir heute geplant unten gucken dass ein schloss ist angreifen haus moin zombie hallo ja 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 schon wieder mal hauen hier so geht der heimlich welbe ein ohne mir was zu sagen ja ganz immer schauen ja zum die meiner besten abonnenten hier und momentan auch die einzigste genau die aktiv ist muss man dazu sagen haben wir sie mal eingeladen wir uns mal eine runde mit zu spielen so dann hoffen wir mal dass wir diese nacht überstehen werden kann man so und so sehen so was haben wir jetzt geplant wir müssen die verteidigung weiter aus wir wir müssen weiter kraften ich dachte deswegen hast du eine frau anbob geholt damit wir jemanden haben zu putzen nee sie ist nur dafür da dass wir uns nicht wieder zoffen wegen dem müll dass sie uns dann ins drauf haut nicht verknüben das konnte gut haben wir doch eisenwasser einschmelzen können nicht viel nicht viel nicht viel hier sind fünf fragmente fragt was fragmente eisen wie viel waren es fünfe oder fünfe fünfe pack ich den ersten mit hier rein vier eisenbahnen wären noch da ich brauch holz bitte hast du genug holz vor der hütten zombie hinter dir ich brate wirklich gleich einen drüber darauf warten wie der blau ist das klang grad schwierig spielst du gut auf toilette das wäre zumindest ungünstig wenn es hier laufen würde wir laufen 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 im kreis er schuppt mich schon wieder von hinten und ich sagte noch benehmt euch ich 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 ja er nein warte wo ist er also alles wie immer so aua es klingt danach aus der toilette ich glaub es ja nicht gar nicht auf die gläser gefüllt das machen wir schon immer so das hast du jetzt gesagt da ist doch nur die war halt soo oje wie lange werde ich das hier aushalten nicht lange genug was meinen ihr schreibt in die kommentare genau so und werde ich gleich meinen post heruntersetzen während ich der erste bin hm zombie muss bestimmt noch lernen oh mein Gott war ja ne hülse die mussten diverse bücher rumschwommen Ja, warte doch mal, ganz kurz. Ich bin gerade am Pfeile machen, Mensch. Frauen brauchen immer ein bisschen länger, ne? Ja, sie muss ja erstmal die Nägel pfeilen. Ich glaube, ich sollte auch mal in Deckung gehen. So, das sieht dann alles ganz gut aus. So, mittlerweile haben wir es 2 Uhr nachts und es ist immer noch nichts los. Na, beschrei es nicht. Zombies, wo bleibst ihr? Du bist doch schon im Haus. Du legst es ja drauf an, oder? Oua! Immer auf den Kleinen und dann so wachsen. So, wo willst du nur wachsen? Hucha! Das war gerade ein bisschen schnell. Verrate ich mich. Das einzige zu dem Bedienerwechsel sind die Fingernägel. Das Niveau sinkt. Aquarkni. Ich werde mir gleich ein Display geben, oder? Spidey ist im Anmarsch. Ze impulse. Hartreich. MannajeDIzn. Iche so viel du willst, du kriegst mich nicht. So, ich brauche mal was zu essen. Ach, niemals weh. Stinkt wenigstens schön. Er schleicht zu spät bei Nacht und Wind. Es ist Diesel, das kleine Rind. Genau. Er nipft immer wieder die Worte aus. Sammeln? Ja, bitte. Kleines Büchlein. Schwere Lektüre. Schwer, Dekor. Das schaffe ich schon. Schön großes Mittel. Ja. Je nachdem, was man als groß bezeichnet, ne? So. Du hast doch keine drüber gepragen bekommen. Na komm, kriegst nen Dorfschein. Gebraten, nicht geschossen. Ich doch. Hehehehe. Oh wei, oh wei. So. Was fehlt denn jetzt noch? Zombie, ist da in der Kiste Schießpulver drinnen? Wo ich gerade bin? Nein. Das ist schlecht. Das ist alles drinnen, aber kein Schießpulver. Auch keiner. Na, was ist denn hier? Das war grad mal ein schöner Bart. Warum so brauchst du's denn? Äh, Munition herstellen. Hm, hier ist keins dran. So. Tja, dann müssten wir morgen wohl mal... ... etwas... ... machen wir denn hier eigentlich noch? Ihr könnt mir auch den Spitzhacker machen. Hier können wir nix nicht losgehen. Der Spitzhacker? Du müsstest hier rutsch irgendwo rumschwören. Was, bitte die nicht alles rumschwören, du? Ach, ja. Na, nee. Da, Katz. Ja, nee, mach da. Hm, hm, Zombie. Spitzhacker? Takk. Bitteschön. Ach ja. So. Ich kann mir so clean vorgegen, Zombie, was ist denn los? Tja. Du bist halt keine große Persönlichkeit. War ich noch nie und werde es nie mit sein. Und da kommen die nächsten Spudys. Obwohl, das klingt irgendwie wie eine kleine Horde. Hui, die springen aber mal wieder. Wenn sie rumrennen tut da was. Aber vielleicht hat da auch noch Nissen rum. Oh, sagen wir keine Hunde und Polizisten dabei sind, ist alles okay. Die kloppen sich gerade mal durch die Häuser. Sollen sie machen. Tja. Dann wieder auf nach unten. Und dann gleich haben wir die Nacht auch überstanden. Ja, wir brauchen ein deutlicher Schießpulver. Guck mal rein in die Munitionskiste. In die oberste. Okay. Ist aber durch den Bug zustande gekommen. 520 waren angezeigt und als ich es rausnehmen wollte, direkt ins Inventar, hatte ich auf immer so viele da. Passiert. Gibt doch schlimmere Bugs. Ja. Gibt genauso. Da lacht Zombie los noch. Ja, soll ich heulen oder was? Klar. Das musst du doch machen. Lass doch mal. Halt hier zwischen die Bene geschossen und nicht getroffen dabei. Gibt es hier wohl nicht. Wo war denn jetzt der Ausgang? Da war er. So, dann würde ich mal sagen, haben wir eine Nacht überstanden und wir können jetzt wieder rausgehen. Macht mal wer eine Taschenabwehr für mich, ich sehe nichts. Auch schön. Da haben wir hier schon. Da haben wir hier schon eine Zombie-Falle und dann können sie noch drüber laufen, weil Frames stehen. So, wo war denn jetzt der Tagebau? Da war er. Norden. So, irgendwie hatte ich da gerade was in mir gehabt. Oh, der Zombie verfolgt mich. Zombie verfolgt mich. Ich dachte, wir wollten Kohle holen und weiter. Machen wir doch. So, naja, gleich hier nachher renne. Hast du denn die letzte Folge nicht gesehen gehabt? Soll ich mir noch alles merken? Da oben ist eine Sumsebiene. Biene wo? Jetzt mal, ich habe doch echt. Oh, Ben, hat sie doch gesagt. Ich habe doch echt. Das ist doch nicht normal. Das ist die zweite Biene, die ich nicht sehe. Ah, jetzt sehe ich sie. So, Zombie braucht noch eine Axt. Joa, momentan nicht, aber ja, kann sie ja meine machen. So, wo ist jetzt hier runter? Ja. Ganz vorsichtig, Zombie. So, wo ist jetzt noch eine Spitzhaus? Ich will nicht schon wieder in die Erde backen. Ich habe ja mit einer V zu picken, macht echt Spaß. Ich hake da jetzt mal nicht weiter nach. Ich sagte picken, nicht das andere. Schwierig. Schwierig. Was soll das doch anders sein? Huch? Das war der falsche Knopf. Spiders. Na, wo sind sie denn? Ich hatte gerade noch ein Speller zu mich schreien, Hahn. Hast du? Ja. Ich habe ja keinen Schrein. Komm ich hier runter irgendwie? Ja, hier drüben. Da läuft aber eine Scheli darin. Und dahinter ist ein Spider-Zombie. Jetzt gibt die Zicke genau da stehen, ey. Und wieder ein Kopf kürzer. Und noch einer. So, dann machen wir uns mal wieder in die Arbeit. Wenn es ums Geld geht, Bergbau. Ums Geldbau. Ich habe keine Streicherung. Ich hoffe, wir finden hier noch ein paar Ressourcen, weil momentan sieht das hier ein bisschen mau aus. Ja, deswegen gucke ich ja gerade über die Klippe drumherum. Aber egal, Steine können wir auch gebrauchen. Ist irgendwie sehr schlecht auch mit der Klippe. Tja. Wenn wir dann ja unsere eigene Hütte dann mal haben. Nach Tag 7. Würde ich sagen, brauchen wir dann dort mal eine ordentliche Mine. Und dann werden wir dann halt ständig auch was finden. Im Grunde bringt es mir jetzt eigentlich gar nichts, wenn ich mich hier ohne Sturmleuchte nach unten arbeite. Irgendwie klingt das gerade, als hätte ich hier jede Menge Besuch. Moment, ich komme. Ich meine, erscheine. Ähm, ich meine, du weißt schon was. Ich reib's mir mal zusammen. Verreim dich nicht. Ja, bitte. Oh, Spideys hast du bei dir. Da kannst du ganz schön da hinten. Was, sag mal. Danke. Ah, ich hab da mehr Ressourcen gefunden, Jette. Bloß gut, dass da noch eine Scheibe stand, sonst ist mir umgekalt. Aber wo sind die anderen Viecher? Ach, da. Im Haus. Das macht das Stress. So, der hat sich schlafen. Ich hatte doch noch einen. Und da ist noch einer. Halleluja. Halleluja. Und noch einer. Was geht denn hier ab? Sauber. So. Dann war's das für heute mal wieder. Ich hoffe, ihr hättet Spaß. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja Daumen hoch, ansonsten Daumen runter. Bis dahin sage ich jetzt, macht's gut. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.